Das dauert. Das dauert. Mit der Aktion haben Sie das jetzt ungefähr mal zwei, drei Monate verwirrt. Ja, haben Sie doch. So, und alles, was jetzt kommt, macht die Sache doch nur noch schlimmer. Deswegen schmeißen Sie aber den Schlachtschirm runter, dann Pfefferspray. Und dann zeigen Sie den Kollegen einfach Einsicht und gehen um die zu. Ja, aber das ist die Frau, das ist nicht die Polizei. Sie haben doch mit uns gar keinen Schmerz. Ja. Also, wie gesagt, ich weiß noch eine zweite Möglichkeit. Aber das erste ist, das erste ist. So, wenn Sie sich etwa, wenn Sie ja so ein paar Pfefferspray sehen, und dann in diese Spurkisten. So, wenn Sie ja so ein paar Pfefferspray sehen, können Sie ja so ein paar Pfefferspray sehen,